Hallo Leute, willkommen bei meiner Lesung und viel Spaß damit. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Doch zuerst kommen noch ein paar allgemeine Hinweise. Ich habe ein Buch geschrieben und werde nun daraus einige Passagen vorlesen. Wenn ich mich verspreche, bleibt das drin. Ich werde nichts schneiden. Auch andere Fehler, die passieren werden, lasse ich aus Authentizitätsgründen einfach so stehen. Ich denke, den Buchtitel habt ihr bereits gelesen. Ich sage ihn aber nochmal. Der Titel lautet Total geiler Psyche. Ich bitte darum, dass ihr kurz in euch geht, ob ihr tatsächlich zuhören wollt. Wenn ihr psychische Probleme habt, ist professionelle Hilfe immer angezeigt. Ich beschreibe hier nur meinen Weg. Das ist kein Gradmesser für euch oder andere. Wir alle sind Individuen und deshalb braucht es meiner Meinung nach persönliche Beratung. Überhaupt ist alles, was ich sage, nur meine Meinung. Ich will damit niemanden verletzen oder irgendwelche Ratschläge erteilen. Wenn ihr trotzdem Lust habt, mir etwas zuzuhören, dann bleibt dran, setzt euch bequem hin, macht euch einen Tee oder ein anderes Getränk und wir starten gleich. So Leute, ich habe jetzt mal in meinem Buch geblättert und ich habe ein Zitat gefunden. Das steht ziemlich am Anfang und mit dem Zitat wollen wir mal starten. Einfach mal gehen lassen, nicht funktionieren und keine Gedanken daran verschwenden, was wohl die anderen über mich denken werden. Das Zitat stammt vom Pfarrer Chibulka aus einer Predigt im Winter 2010. Wir werden auch immer mal, also zwischen den einzelnen Passagen, werde ich auch immer mal eine Pause einlegen. So, ich bin jetzt zu dem Kapitel Ich 1 besprungen und werde es mal aus diesem Kapitel vorlesen. Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, ich will mich kurz vorstellen. Neulich habe ich das Buch vom glücklichen Leben von Seneca gelesen. Dort wird die bekannte Inschrift aus dem Apollo-Tempel, welcher Oberhalb von Delphi liegt, zitiert. Ich glaube, es ist nicht bekannt, wo die Inschrift genau angebracht war. Man geht davon aus, dass sie auf einem Torbogen stand. Das würde Sinn machen, denn jeder hätte das beim Durchlaufen gut lesen können. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Inschrift in den Boden eingelassen war. Vielleicht war es ein schöner Karara-Marmor. Wie lautet diese mittlerweile ultrabekannte Inschrift? Natürlich dürfte es in altgriechischer Sprache verfasst worden sein. Hier hieß es dann Gnoti Seaton. Dieser Leitspruch soll von einem der sieben Weisen stammen. Tatsächlich belegt ist dies nicht. Als einer der Ersten, der etwas in diesem Sinn zu Papier brachte, wird der vielgelesene Marco Polo der Antike namentlich Heraklit genannt. Er formulierte es so. Allen Menschen ist zuteil, sich selbst zu erkennen und verständig zu denken. Heutzutage wird der Spruch immer etwas vereinfacht mit Erkenne dich selbst übersetzt. Hallo, da bin ich wieder. Ich möchte noch kurz was zu dem Buch vorweg schicken. Wer den Klappentext noch nicht gelesen hat, dem erkläre ich kurz den Aufbau. Ich beschreibe zwei Personen. Eine Person bin ich. Und die andere Person ist eine fiktive Person. Genau. Diese fiktive Person, dieser Protagonist, der heißt Hans. Ich beschreibe unser beider Leben. Leben, einen kurzen Abschnitt aus unser beider Leben, beschreibe ich in dem Buch. Oh, ich gebe so einen Umriss. Genau. Und ich mache jetzt noch mal Pause. Und wir kommen gleich mal nämlich zu dieser Person, zum Hans. Wir sind jetzt im Kapitel Hans 2. Und ich will gar nicht erklären, was jetzt passiert ist im Vorhinein. Aber der Hans, der befindet sich an einem Bahnhof. Und ich lese jetzt mal weiter. Wir ging es Hans nun im Hauptbahnhof. Im Bahnhofsgebäude, das aus der Jahrhundertwende stammte, wie vielleicht die meisten Bahnhöfe hierzulande, ging er zu einem Infostand. Gleich nach dem Eingang der Schiebetür befand er sich rechter Hand. Im Atrium des Gebäudes und für alle gut sichtbar hing an der Wand eine große Anzeigetafel. Es war noch eine dieser schönen aus Plastikplättchen. Immer zu bestimmten Momenten verschwanden die alten Zugverbindungen und neue wurden angezeigt. In diesem Moment begann die ganze Tafel zu vibrieren und klappern. Alle Plättchen bewegten sich wie ein Orchester von Geisterhand. Es war ein lautes Klappern und Knacken, bis der unsichtbare Dirigent den tanzenden Einhalt gebot. Eben sah alles noch wie ein Sandsturm aus. Nichts war zu erkennen und plötzlich tauchten wie mit Zaubertinte geschrieben die einzelnen Zugverbindungen wieder auf. Manche haben sich aufgelöst, wahrscheinlich sind sie für immer verloren gegangen, wenn nicht zufällig jemand ein Foto davon gemacht hat und manche waren nun an eine andere Position gerutscht. Ist das möglich, dass selbst in unserer heutigen Zeit ständig Daten verloren gingen? Gehen mehr Informationen verloren, wie wir konservieren können? Können wir das Richtige sichern und was ist eigentlich wichtig? Gibt es überhaupt ein Datum, eine Information von Belang oder ist in der Natur alles Wichtige gespeichert? Und was vergeht, war sowieso nicht interessant. Möglicherweise ist auch alles vergänglich. Aber was ist mit den Pyramiden? Eigentlich wollte ich nicht noch mehr Fragen für mich aufwerfen. Aber ich merke schon, dass beim Schreiben wohl neue Aspekte hinzukommen. Durch das konzentrierte Aufschreiben spüre ich manche Emotionen, welche von dem ehemals Erlebten ausgelöst werden, intensiver als wenn ich nur darüber rede, wie mit meinem Therapeuten, Herrn Doktor, Sokrates oder einem Freund. Das war mir neu. So, wir sind jetzt im Kapitel Soziale Phobie. Und ich lege gleich los. Auch bei mir wurde, wie bei meinem Alliierten Hansi, irgendwann festgestellt, dass ich an einer sozialen Störung erkrankt bin. Ich habe das schon mal erwähnt und glaube, dass wir uns deshalb so gut verstehen, weil wir an den gleichen Pannen leiden. In ihm erkenne ich mich, wie ich vor einigen Jahrzehnten war. Tatsächlich muss ich eingestehen, dass ich schon mindestens drei Jahrzehnte in Behandlung bin und an dieser und vielen weiteren Lädierungen leide. Weitere Störungen bei mir sind etwa Perfektionismus, posttraumatische Belastungsstörungen, Stimmungsschwankungen, Burnout, ADHS, Bindungsangst usw. Die Soziale Phobie ist ein sehr persönliches Leiden und es fällt mir deshalb nicht leicht, darüber zu schreiben. Leider wird es auch den Rahmen sprengen, über all die anderen Wehwehchen zu sinnieren. Deshalb bleiben wir jetzt erst mal bei der gesellschaftlichen Panik. Was sagt die Wissenschaft zu diesem Knacks? Unter sozialer Phobie wird in der Regel eine Störung des Verhandeltens nach innen und außen im Umgang mit der Gesellschaft, im sozialen Miteinander und im Speziellen mit Personen definiert. Ich möchte hier nun meine individuelle Erkrankung aufzeigen. Jeder Mensch ist ein Einzeltier und ein Wunder, auch an Verrücktheit. Das Selbst und das Ich werden durch viele Ereignisse im Leben geprägt. Ich bin deshalb der Meinung, dass diese Störung bei den Betroffenen in vielen Ausprägungen auftritt und deshalb allgemein gültige Aussagen zwar getroffen werden können, diese aber nicht auf jeden zwingend zutreffen müssen. Eine allgemeine Beschreibung der Krankheit ist wichtig, eine Subzumption auf den individuellen Fall meistens nicht angezeigt und zielführend. Eine Untersuchung und genauen Analyse der individuellen Störung eines Patienten Y ist der richtige, aber schwierigere und in der heutigen Zeit durch die Schulmedizin oft nicht gangbare Weg. Es fehlt zum Beispiel an Zeit, Fachkräften, Wissen und Einrichtungen. Wenn möglich, ist jeder am besten bedient, wenn er versucht, sich selbst zu verstehen und seine Erkrankung in allen Facetten, Ursachen und Wechselwirkungen zu erfassen. Blicken Sie Ihr inneres Kind direkt an. Seien Sie schonungslos. Ein guter Therapeut, wie mein lieber und sehr fähiger Dr. Sokrates, ist hierbei essentiell und kann Sie in Ihrer Entwicklung stark unterstützen. Leider sind Therapieplätze mangelbarer und viele da draußen wahre Pfeifen vor dem Herrn. Eine Bekannte von mir wurde sogar von Ihrem Analytiker angegraben. Wie immer ist aber auch eine große Portion Motivation und Tapferkeit notwendig, wenn Sie weiter reifen und Ihre Persönlichkeit entwickeln wollen. Hallo, ich möchte die Zeit nutzen und etwas zu meinen Absichten und meiner Motivation erklären. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Eigentlich sollte der Text nur für meine Kinder sein. Doch irgendwann merkte ich, dass meine Erfahrungen und mein Weg auf großes Interesse bei meinen Mitmenschen und Freunden stieß. Diese ermutigten mich dann auch, dieses Buch zu schreiben und ich hoffe und wünsche mir, dass ich damit dem einen oder anderen helfen kann, egal wie. Hallo, wir sind jetzt beim Kapitel Angst angekommen. Das ist eines der schwierigsten Kapitel gewesen für mich und wir lesen mal in diesem Kapitel. Bei mir zeigt sich Angst manchmal mehrmals am Tag. Es kommen Panikattacken. Das Thema ist für mich mindestens ebenso schwierig wie die soziale Phobie. Liebe Leserinnen und Leser, der Umgang mit meiner Angsterkrankung und den damit anhergehenden Störungen ist oft nicht lebenskonform für mich. Ein unglaublicher Kraftakt, der zusätzlich zum normalen Leben und meiner Entwicklung zu leisten war und ist. Ich stoße hier in meiner Familie meistens auf Unverständnis. Hier und im Bekanntenkreis kann man es nicht verstehen, dass ich Ängste habe. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich meine Störungen und Panikattacken als generalisierte Angststörungen bezeichne. Das bedeutet für mich, dass ich nicht weiß, woher die Furcht ihre Ursache zieht und wann sie auftritt. Sie kommt einfach aus heiterem Himmel wie ein Blitzschlag bei strahlendem Sonnenschein. Peng und du wirst getroffen. Wie die arme tote Magd im letzten Kapitel. Es gibt viele Lieder über Angst, wie von Herbert Grönemeyer der Song, Angst oder von Personen wie dem Sänger der Gruppe Jupiter Jones, namentlich Nikolaus Müller, der sehr emotional in dem Song still und auf der Bühne über seine persönliche Angsterkrankung singt. Er ist ein wirklich beeindruckender Typ, dem man das permanente Grauen ansieht und anmerkt. Er muss unglaubliche Dämonen in sich tragen, die ihn ständig in die Tiefe ziehen wollen. Und er kämpft verbissend dagegen an, nicht unterzugehen. Er hat meinen vollsten Respekt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Psyche an einem Konglomerat von Gebrechen leidet. Mir fällt es eigentlich schwer, die soziale Phobie, die Angststörung, den Perfektionismus und das weitere Zeugs klar zu trennen. Ich glaube, dass alles irgendwie zusammengehört. Das ist ein großer, klebriger Brei aus schwarzem Pech und ständig kommt zu einem Mephisto angekrochen und beschmiert damit ein Steinchen auf meiner Disco-Kugel. Oder anders ausgedrückt, es fühlt sich an wie in einem Computerspiel. Phönix, Pac-Man oder Tetris. Es gibt nur wenig Pause und ich bin ständig damit beschäftigt, nicht in den Status Game Over zu rutschen. Erholung gibt es fast keine, denn das Spiel läuft immer weiter. Du bist gefangen in einer Endlosschleife. Was ist hinter der dunklen Scheibe des Computers? So, wir kommen jetzt mal ein bisschen zu etwas Erfreuligeren. Nicht immer da diese harten Themen. Wir gehen jetzt noch mal zum Hans. und sind jetzt beim Kapitel Hans 5. Hans ist sehr empfindlich, was Nahrung angeht. Normalerweise isst er wie viele Männer hauptsächlich tote Tiere. Ich habe schon ein paar Mal für ihn gekocht, aber das erspare ich mir lieber, denn unsere Geschmäcker sind nicht annähernd deckungsgleich. Er kann Gute von schlechter Nahrung genauso wenig unterscheiden wie ein Schwein. Man könnte auch sagen, Perlen vor die Säue geworfen. Ich mag gutes Essen sehr. Bei ihm muss es in erster Linie billig sein und viel, also viel Fleisch. Seinen Salat oder sein Gemüse darf ja bekanntlich ich regelmäßig essen. Meistens vergisst er es aber und bietet es mir nicht an. Dann landet es im Abfall. Sein Gemüse besteht deshalb aus Schnitzel und so. Das einzige, von dem er etwas nimmt, sind die Pommes. Dazu gibt es normale Zucker Coke, ab und zu etwas Alkohol, viel Kaffee und mindestens eineinhalb Schachteln kippen. Dazu minimalste Leibesertüchtigung. Er ist faul, bequem und sieht das total anders. Zur Arbeit und nach Hause oder zum Supermarkt fährt er meistens motorisiert. Wenn er mit mir in der Stadt zwei Blöcke geht, dann ist ihm das schon zu lang. Lacht. Sein neues Pedelec steht eigentlich nur rum. Zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass Hans neulich beim Wandern vegane Spaghetti Bolognese von mir gegessen hat und er ist total lecker fand. Außerdem versucht er mittlerweile Cola Zero zu trinken. Sein Arzt tritt ihm dringend zu einer Ernährungs- und sogar Lebensumstellung. Da beißt er bei ihm aber auf Granit. Zu den wirklich dramatischen Gründen kommen wir später. Die anderen und Hans warten auf ihr Mahl. Alle haben hier immer großen Hunger. Das liegt vielleicht an der vielen frischen Luft und der Bewegung. Endlich kommt auch die Nahrung. Ihm ist schon ganz zittrig. Die Mahlzeiten werden hier serviert wie in einem Restaurant. Eine freundliche Servicekraft bringt Hans Buntbarsch mit Salzkartoffeln und Gemüse. Er hätte lieber Güros mit viel Metaxassoße und Parfriten gehabt. Am Buffet gibt es zu allem Überfluss auch noch Salat. Zum Essen trinkt er Wasser. Er wusste schon länger, dass sein Lebensrhythmus oberflächlich betrachtet nicht gut aussah. Zu einseitig und bewegungslos. Über sein Wohlergehen machte er sich wenig Gedanken und verdrängte. Noch nicht mal den Dienstsport nutzte er, obwohl der während der Arbeitszeit auszuüben ist. Kostenlos könnte er hier alles mögliche machen. Zum Beispiel Badminton, Fußball, Fitnessstudio, Schwimmen, Radfahren, Nordic Walking und so weiter. Aber er blieb lieber in der Amtsstube und machte seinen Kram. Ein geregeltes Intimleben war auch nicht vorhanden. Dafür arbeitete er viel abends von 19 Uhr bis 6 Uhr in der Früh ein gesundheitlich mörderischer Schichtbetrieb. Mittlerweile gibt es hier noch andere Modelle, auch dank der EU-Richtlinie 2003 aus 88. Liebe Leserinnen und Leser, eine unwürdige Behandlung hat niemand verdient. Stattdessen Work würde Balance. Hans machte diesen Dumpfick schon fast 35 Jahre mit. Das hatte ihn auch mental ausgezehrt. Jetzt reichte es ihm. Es war zu viel passiert, gerade in den letzten Monaten. Aber der innere Schweinehund war bei ihm einfach nicht zu überwinden. Er konnte und wollte keine Verantwortung für sein Leben übernehmen. Wollte einfach so weitermachen. Couching extrem bis der Hammer fällt. Dabei war er früher sportlicher und sogar mit dem Rennrad um den großen See bei Konstanz geradelt. Doch davon war nicht mehr viel übrig, außer den schönen Erinnerungen. Wir sind jetzt beim Kapitel Status Quo gelandet und ich lese gleich los. Wie schon erwähnt, hatte ich das Glück, dieses Jahr 50 zu werden. Für mich hat der Herbst des Lebens begonnen, wie landläufig diese Lebensphase so schön umschrieben wird. Mir gefällt diese Titulierung nicht. Es kommt mir vor, als wäre man eines dieser roten, brennenden Ahornblätter und ein kleiner Windstoß oder die Erdrotation könnten urplötzlich alles beenden. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich noch mal zehn Jahre jünger wäre. Es ist doch ein eisernes Naturgesetz. Hast du endlich genug Mammon, dann bist du meistens zu alt. Ich bin satt, das Fass ist voll. Nicht wirklich vermögend, aber als echter Minimalist braucht man eben weniger. Die Alten sitzen im Porsche Cabriolet, das Gleiche mit der Freizeit. Als junger Mensch musst du rennen, um etwas zu erreichen. Du musst brennen für dein Ding. Freie Zeit, Mangelware. Meinen Geburtstag feierte ich diesmal im kleinen Kreise in der Garage im Hof. Es war wie so oft für manche eine recht spontane Einladung. So waren viele meiner letzten Jahresfeiern. Irgendwie habe ich keine Lust, das ganze Spektakel im Voraus zu planen. Selbst beim 50. hatte ich null Bock. Vielleicht lag es auch daran, dass ich seit einem halben Jahr krankgeschrieben war und keinen Plan hatte, wie es weitergeht. Früher war das mal anders. Da wurde ordentlich mit meinem damaligen besten Kumpel Alex zusammen eine Party geschmissen. Alex ist wie ich Jungfrau. Mittlerweile hängt der in Amerika ab. Ich bin zwar auf der einen Seite ... So, entschuldigen Sie, dass der letzte Satz nicht fertig geworden ist. Ich habe es gerade besucht bekommen und habe das jetzt gestockt und das lesen wir gleich weiter. Ich fange nochmal mit dem letzten Satz an, der nicht ganz fertig war. Ich bin zwar auf der einen Seite lustlos, auf der anderen aber sprüht mein Kopf vor Ideen. Gute und weniger Geile. Ich erlebe mich gerade, als hätte ich mir die Schuhsohlen abgelaufen. Wie ein Rennbolide, der in der Box auf seinen Reifenwechsel wartet. Verdammt nochmal, ich bin ein geiles Rennpferd, aber im Moment geht nichts. Die Frage, die Ihnen und mir auf den Lippen liegt, ist berechtigt. Wird der Motor wieder anlaufen und dann Renntempo wieder vor? Es ist wohl ganz normal, dass sich die Dinge ändern. Anselm Grün sagte hierzu, nur Veränderung macht glücklich. Mittlerweile sind die Details in meinem Leben spontaner geworden. Vieles hat sich verändert und ich plane einfach nicht mehr so viel. Vom pedantischen Beamten beziehungsweise perfektionistischen Langeweiler hin zum untalentierten Improvisationstallent lacht. Für mich eine super Transformation. Alles wird leichter und ich komme mir sogar cooler vor. Daraus folgt, dass ich mir weniger Gedanken mache. Ich versuche es wirklich. Am liebsten würde ich abhauen. Also nicht einfach verschwinden, das finde ich unfair. Aber einfach mal ein paar Jahre eine Odyssee machen. Nur mit dem Rucksack und dem Nötigsten. Das soll total inspirierend sein. Davon bin ich überzeugt. Goethe, Macke, Dürer, Händel, Tischbein, Aschenbach, Wagner, Bartholdi, Kruse, Heine, Klee, Winkelmann, Lessing, Aschenholz, Säume, Wieland, Hackert, von Karolsfeld, Humboldt, um da einige zu nennen und der Namen Auslandsreisen, um sich neue Inspiration zu holen. Goethe beschreibt den Anblick Roms als seine zweite Geburt. Ähnlich wird es mir später im Buch in Florenza gehen. Damals mit Kutschen und Schiffen aus Holz haben sich die Menschen in solche Abenteuer gestützt. Es ist wie in der Werbung oder bei Harpe. Ich bin dann mal raus beziehungsweise weg. Ich beneide die Reisenden für ihre Spontanität und ihren Mut. Meine Radikalität und mein Draufgängertum sind gewachsen und wachsen noch. Es gibt etwas Hoffnung, dass mir das auch irgendwann gelingen könnte. Denn ich will das ausprobieren. So, hallo. Liebe Leserinnen, liebe Leser. Wir sind jetzt schon ziemlich am Ende meiner Lesung angekommen. Ich möchte noch mal aus dem Kapitel Status Quo etwas vorlesen im längeren Abschnitt. Es geht los. Meiner Idee nach ist das Leben unendlich facettenreich. Wie diese Disko-Kugeln, die ich in den Abschnitten zuvor schon erwähnt habe. Mit den vielen kleinen reflektierenden Spiegeln daran. Ein Mensch wird geboren. Er ist unbefleckt und voller Neugier auf das Leben. Trotzdem argumentiert die Kirche, dass wir mit der Erbsünde ins Leben gehen. Mir gefällt der Begriff Ursünde besser. Er geht auf Eva und Adam zurück. Für mich ist es ein Gesetz, das jeder im Verlauf seines Lebens sündigt. Mensch sein bedeutet, fehlerhaft zu sein. Im Laufe eines Lebens kommt es vor, dass manche der kleinen glänzenden Spiegelmosaike eintrüben oder sogar matt werden. Könnten wir unsere Persönlichkeit, unser Leben wie diese Disko-Kugel betrachten, würden wir feststellen, es gibt dunkle Stellen. Hier wird das Licht der Leser nicht zurückgeworfen. Das sind unsere Defizite, die die Psyche negativ beeinflussen. Haben wir das große Glück, dass wir bei unserer Selbstbetrachtung, Reflexion und Philosophie über das Leben eine solche Stelle an uns erkennen können, dann sollten wir probieren, den Dreck und Staub, der darauf ist, wegzukriegen. Gelingt uns das, dann erstrahlt diese Stelle wieder wie zuvor oder sogar noch heller. Es ist logisch, es gibt Disko-Kugeln, da glänzt fast alles, jedes kleine Spiegelmosaik und es gibt Kugeln, die nicht so hell und schön reflektieren. Und leider passiert es manchmal auch, dass, wenn wir auf der einen Seite ein Mosaiksteinchen sauber geputzt haben, das dann auf der Rückseite ein anderer sich verdunkelt hat. Es ist also ein ständiges Mühen notwendig, um unser Innerstes gesund zu erhalten. Es kommt mir vor wie ein Rennen, als wäre ich ständig am Polieren, damit es nicht wieder rückwärts geht, sich einzelne Spiegelsteinchen verfinstern. Sobald ich irgendwo nachlasse, bekomme ich die Quittung in Form eines trüben Mosaiksteinchens auf meinem Ball. Zunächst merkt man das gar nicht. Sie werden so allmählich stumpf und glanzlos, wie bei Beziehungen oder fettigen Haaren. Schon so viele Probleme meiner Psyche hatte ich gelöst. Aber es kommen dann irgendwie immer neue dazu oder andere tauchen wieder auf. Es könnte sich auch wie bei einer Waage verhalten. Das menschliche Bewusstsein bzw. Ich als Balkenwaage. Es ist zwar machbar, hier etwas zu verbessern, aber dafür wird es irgendwo anders ein neues Problem geben. Es ist ein geschlossenes System, wie die Erde. Es ist möglich, hier etwas wegzunehmen und dort hinzuleben. Aber am Gesamtgewicht ändert es nichts. Vielleicht liegt darin die ganze Wahrheit. Wir können uns nicht stark verändern oder verbessern. Wir können aber versuchen, eine Mischung in Klammer Puzzle aus strahlenden Spiegelsteinchen zu finden, die am besten passt. Sobald wir die richtige Mixtur gefunden haben, müssen wir sie konservieren und pflegen. Und dann muss ich Ich melde mich nochmal, wir bleiben im Kapitel Status Quo und ich möchte jetzt ein Gedicht von Friedrich Rückert vorlesen. Ich bin der Welt abhanden gekommen, mit der ich sonst viele Zeit verdorben. Sie hat so lange nichts von mir vernommen, sie mag wohl glauben, ich sei gestorben. Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, ob sie mich für gestorben hält. Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, denn wirklich bin ich gestorben der Welt. Ich bin gestorben, dem Weltgetümmel und ruhe in einem stillen Gebiet. Ich lebe allein in meinem Himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied. Ich finde, das ist ein sehr schönes Gedicht, das hier an dieser Stelle gut passt. Im Buch habe ich ja beschrieben, dass wir den Leschweg gelaufen sind. Und das Foto zeigt uns am Ende dieses Weges, nach ca. 130 Kilometern. So, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt es bis hierhin geschafft. Ich springe jetzt ans Ende von meinem Buch. Da habe ich ein paar Lebensregeln aufgeschrieben. Es sind ungefähr 60 Stück geworden. Ich lese jetzt einfach mal ein paar vor. Ich fange mit der Nummer 4 an. Viel Bewegung, am besten in der Natur. Die Nummer 5. Reden, miteinander reden, unbedingt über Probleme kommunizieren. Regel 6. Glaube an etwas Höheres, z.B. an die Natur oder das Universum. Siebtens. Setze Regeln, Grenzen in deinem Leben, die nicht übertreten werden. Springen wir ganz nach hinten an die letzte Lebensregel. Lache viel, insbesondere über dich selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit.